Herzlich willkommen zu einer neuen DeliDax US Morning Ausgabe am heutigen Donnerstag, dem 11. Mai 2023. Der Blick auf den amerikanischen Dow Jones Index und dessen gestriges Handelsergebnis zeigt mal wieder, es war zwar volatil, zwischenzeitlich war der amerikanische Dow Jones Index etwas deutlicher in die Verlustzone geraten, nämlich im Tagestief bei 33.239 Punkten, aber er ging 300 Punkte höher wieder aus dem Handel und schloss nahezu unverändert. Die Inflationsdaten, zunächst sorgten sie für ein kleines Kurs Feuerwerk, dann setzten Gewinnmitnahmen ein und dann ist man letztendlich wieder dahin zurückgelaufen, wo alles begann. Unterm Strich geht es damit weiter, der Kampf um den Abwärtstrend erläuft weiter und auch weitere Inflationsdaten stehen noch in dieser Woche auf der Agenda. Anders hingegen die Stimmung beim Technologieindex Nasdaq. Dieser konnte gestern um 1,11% zulegen und sich damit auf Wochensicht aus der Verlust in die Gewinnzone nun vorkämpfen. Und damit sehen wir auch weiterhin, dass sich eben der Index hier über die letzte Kurswiderstandszone, respektive jetzt Kursunterstützungszone, mehr und mehr absetzt und das Ganze sich ja jetzt auch hier nach oben dann weiter erstreckt. Und natürlich ist weiterhin nicht auszuschließen, das sollte man auch nicht vergessen, dass nach starken Aufwärtsbewegungen stets auch Gewinnmitnahmen erfolgen kommen und auch Umkehrsignale zustande kommen, aber die Umkehrsignale sind eben weiterhin noch nicht gegeben. Und anders ist es aber, was die Umkehrsignale angegangen war bei PayPal. Erst gestern hatte ich über die Aktie berichtet und nochmals ganz klar auch betont, die Abwärtsbewegung bei PayPal ist noch nicht vorbei. Die Charttechnik-Situation ist tatsächlich so schlecht, dass weitere Kursverluste in die Region von rund 60 Dollar zunächst einmal zu erwarten sind. Und obwohl gestern der Technologieindex Nasdaq ja in Summe positiv unterwegs war, ist die Aktie von PayPal wieder deutlich unter Druckgrad mit 4% knapp im Minus und setzt damit seine massive Talfahrt fort. Und ich bleibe auch dabei, ein Test der Marke von 60 US-Dollar ist und bleibt hier sehr wahrscheinlich. In diesem Sinne warten wir ab, wie die nächsten Inflationsdaten nun von der amerikanischen Wall Street aufgenommen werden und ob eben hier an der Wall Street dann eine entsprechende Entscheidung getroffen werden kann.